«Me douce France, cher pays de mon enfance» Hey, ciao miteinander, willkommen zurück in Paris, das Auslaufen des 18. Jahrhunderts. Warte, ob er jetzt eine Karte? Die nehme ich doch, glaube ich, noch am besten mit. Komme ich da oben? Ja, eh. Letztes Mal haben wir unseren, wie heisst es, unseren Assassinen-Mentor dort aufgefunden und jetzt wird es mal die Zeit, den Mörder zu finden. Warte, wo muss ich überhaupt hin? Wo ist es? Auf so viele Feldchen? Ja, da ist es. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich gleich schnell reisen, dass, ob man es glaubt oder nicht, es geht schneller, wenn es mal nicht so lange laden würde, also echt. Ja, alles klar. Justizpalast. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, das ist keine gute Idee, jetzt hier runter zu jumpen. So, da ist es. So, da ist es. So, da ist es. Jetzt. Ähm, warte. Warte, muss ich da runter runter? Nee. Irgendwie. Ah, wie kann man es schon wieder schneller rutschen? Hm. Das hätte ich jetzt auch völlig vergessen. Äh, ah, was soll's? Ähm, warte. Nee, das äh... Warte, von da aus schaffe ich es genau. So. Und ja, ich habe schon so einen Verdacht, wer der Mörder könnte sein. Die Konfrontation. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstungsstücke, um ihr Läser zu erhöhen. Willst du mich verarschen? Hm. Ja, muss ich jetzt echt noch grinden für den Kacken. Äh, ich probiere es gleich. Oh ja, das klingt ja suboptimal. Wunder Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Hm, hm. Also. Ja, da hat es irgendeinen ganz spezifischen Myth um den... ...und der Brunnen. Hm, warte, aber ja. Folgt dem Myth. Ja, ja, das ist ja nicht zu übersehen. Ja, was ist los? Es hat jetzt überhaupt nicht Buggy ausgesehen, weisst du? Die Spur ändert hier. Bist du sicher? Nein, sie geht ins Dach hoch. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich, ich lasse dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Jetzt kommt ein Rumble-Macho-Gitul. Alles klar. Es hat gerade geheißen, ich bin unterlevelt. Das wäre eigentlich schon nice, wenn sie mitkommen. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen. Ja, das wäre von Vorteil. Es ist schon gut. Ich verstehe. Hm, den Mörder finden. Da hat es doch mir angezeigt, dass ich irgendwie da unten müsste. Ja. Muss ich ganz aufs Dach hoch, oder? Was ist los? Ja, sieht es aus. Komm schon. Komm schon. Kledern wie der Blitz an. Ja, weisst du. Das ist ein Psycho-Wert. Wenn du irgendjemand so wirst sehen, dass er irgendwo an den Fassaden von Gebäuden nachkledert, würde jeder einfach denken, der spinnt. Obwohl, es gibt ja irgendwie so eine Szene, die das macht. Ich glaube, das nennt sich Roofing, oder so. Oh ja, die Leute spinnen wirklich komplett. Auch da musst du ja irgendwie ein wenig mit dem Leben abgeschlossen sein. Und da ist natürlich der Beleg. Du musst sterben. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masjaf. Monteregioni. Die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Wir streckten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Mit einem Termin. Der Leck. Du weisst doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. So, jetzt... ...mein alter Lehrer. Jetzt musst du daran glauben. Würdest du ihn bitte anvisieren? Ich sehe einen Scheisse so. Schmetterschläge. Einmal. Zweimal, dreimal. Einmal. Viermal. Okay, so. Ich glaube, das schaffe ich sogar. Geh auf! Nein! Der Hure Wichse! Und jetzt... Quicktime Event Postkampf. Boots! Jetzt ist er wieder heilen. Ja super. Oh! Das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich schüttel dich nie aus der, was die herausholen sollen! Boom! 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 Ja, jetzt läuft es doch wie geschmiert. Ja, ich halte! Oh! So, jetzt aber. Und nochmal, Quicktime Event Postkampf. Ganz schön! Ja! Wenn du da nichts gebrochen hast, hast du eigentlich noch ziemlich viel Glück gehabt. Ich sah wie Templer das ganze Dörfer abschlachten liessen, nur um einen zu töten! Einen Assassinen! Sag mir! Ich habe eine enorme Erfahrung! Was hast du gesehen? Ich sah wie der Grossmeister des Templerordens. Einen verängstigten Weissen aufnahm und wie einen Sohn grosszog! Ja. Damit machst du deine Loyalität klapp. Wow, wow, wow! Das Gloss! Jetzt bloß... Die Konzentration nicht verlieren. Was ist das? Die Sau! Ja, hör mal auf mit dem scheiss Flashbang! Shit! Jetzt wär doch ab, Mann! Shit! Dein Vater würde mich schämen! Ja, was bist du für eine Feige, Ratte? Hm. Besser Medizin mal rein knallen. Sicher ist sicher. Und jetzt schon wieder. Oh, nochmal Quicktime Event! Moment! Das schöne Rosenfeister! Jetzt kommt sie noch. Alles gut! Bleib da! Ich hätte dich in der Bastie verrotten lassen sollen. Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Willeck. Du bist es, der zu enden lässt. Als ob er sich jetzt so schnell verstecken konnte. Wir könnten die Brüder, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben. Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Pass auf! So. Ist der Spudelskern. Nicht mir, ob er dein Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Willeck. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Ja. Natürlich. Beleg töten. Nur so gerne. Oh. Wo ist die Sau? Das zieht sich ja, Huren. Das kann ich auch. Du hattest deine Chance, Piss. Fuck, Mann. Hey, wieso kann ich ihn nicht abblocken? Jetzt aber... Oh, schneiden. Hacken. Schlitzen. Gib alles. Ah. Du bist ein würdiger Gegner. Hey, aber wieso kann ich den Schlag nicht blocken? Ich bin nervig, nervig. Du bist nervig. Du hattest deine Chance, Piss. Hättest du besser auf mich gehört, Junge. Hättest du besser auf mich gehört, Junge. Ah, jetzt aber. Heiter sein. Ja, natürlich. Jetzt verreisst er wieder. Ähm. Ja, knallen wir nochmal schnell die Medizin rein. Was ist jetzt das wieder für ein Kack? Ich sehe einfach einen Scheisse so. Jetzt haut er wieder ab. Okay, okay, okay. Wie nervig. Boom. Jetzt schlitzen. Alles klar. Jetzt wird mir Zeit, dass du dich jetzt mal geschlagen gibst. Das ist aber sehr extrem. Ich weiss. Was habe ich dir beigebracht? Bring es sauber zu Ende. Okay, warte, kann ich einen Kopfschuss machen oder so? Ah, nein. Machen wir es so. Oh, ein Slowmotion Kill. Ja, mein Vater hat er da auch immer Pisspot genannt. Gott verdammt. Dann wollt ihr es durchziehen. Euer Protégé birgt für sie. Vertraut ihr ihm? Bis zum Tod, doch ich trau dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Tschin. Tschin. Reposante. Reposante. Ja. Wurde echt gesagt. Ich kann sowieso nicht ausstehen. Die Konfrontation. Nicht umwerfen lassen. Ja. Das ist alles andere als einfach gewesen. Das Ziel ist sehr unrealistisch. Da muss ich. Aber ich war auch unerlevelt. Und ja, was kommt denn jetzt schon wieder? Verdammte Scheisse. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weisst, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weisst du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monats. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo sich zu vier Staten aufschütteln, ohne Staub aufzuwirbeln. Ah, jetzt kommt der Scheisse wieder. Ähm. Yo. Ähm. Oh, das kommt ja sehr schnell. Aber ja, eigentlich möchte ich den Part beenden. Und das mache ich auch. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Shit, shit, shit. Shit, shit. .